Eva Herrmann und Andreas Popp. Europa und dessen Zukunft. Ivo Sasse. Am Volk vorbei. Aber richtig. Ernst Wolf. Globales Finanzsystem. Die Lunte brennt. Heinz Pommer. Das Ground Zero-Modell. Bernd Udo. Hackt. Wir brauchen ein neues Geldsystem. Das Gegenwärtige ist Unrecht. Erich Hambach. Geheime Killer. Wie unser aller Gesundheit bedroht wird. Klaus Weber. Der betrügerische Softwarefehler der Mobilfunklobby. Alle Referate und viele Highlights sind in der Endverarbeitung. Und demnächst online. Abonniere jetzt unseren kostenlosen AZK Newsletter und werde informiert, sobald ein neuer Beitrag online ist. www.anti-zensur.info Slash Abo